Die Wolken ziehen ziemlich schnell Leute, ich habe heute morgen aus dem Fernseher geguckt, es ist heute morgen, es ist noch früh am Morgen, um kurz nach 5 oder so, als ich wach geworden bin. Das hat noch sehr zugezogen aus, deswegen habe ich gedacht, du brauchst wohl nicht an den Strand, wegen Sondenaufgang. Fand ich jetzt auch nicht so schlimm, aber wäre halt trotzdem schön gewesen. Aber wenn ich es jetzt so sehe, hätte es sich vielleicht doch gelohnt. Tag, es ist heute Freitag, der 22.04.2016. Es ist 26, ich setze mich jetzt gleich an den Rechner, Video schneiden, Fotos bearbeiten, das übliche. Vorher noch schnell einen Kaffee und ein kleiner Hinweis, ich war auch gestern früh zum Sonnenaufgang, zum Strand. Ich habe ein Bild gemacht, also ich habe mehrere Bilder gemacht, aber ich habe ein Foto gemacht, was ich mit der 7D, mit der Kamera, die ich gerade hier aufnehmen, gemacht habe und mit dem iPhone gemacht habe. Und, warum ist das komisch gerade? Egal, ihr versteht mich schon. Jedenfalls habe ich die beiden Bilder bearbeitet in Lightroom und habe die auf meine Webseite gestellt. Und zum Vergleich, weil ja viele immer sagen, du hast eine tolle Kamera oder so. Und die meisten Fotografen kennen den Spruch, die beste Kamera ist immer die, die man dabei hat. Und das glauben viele nicht, manche Fotografen glauben das selber nicht. Auf jeden Fall geht auf meine Webseite, Link ist unten, verlinke ich da und hier oben irgendwo. Und schaut euch mal die beiden Bilder an. Ich finde da keinen großen Unterschied. Klar, wenn man ganz genau hinguckt, findet man hier und da ein paar Macken und so. Aber, ja, so ein großer Unterschied ist da nicht. Also hört auf zu jammern, dass ihr irgendwie nicht so eine tolle Kamera habt oder sonst was. Und macht einfach Bilder. So, ich setze mich jetzt an den Rechner. Bis später. So, Cookie, Ersatzakku. Telefon. Headset. Schuhe. Ah, wir waren schon sehr produktiv heute Morgen, Cookie. Wir machen Chili Belli am Bestand. Ein bisschen länger heute. Heute Morgen sah es noch gar nicht so aus, aber wie geil ist denn bitte wieder das Wetter geworden. Ist das schön. Ich setze mich jetzt drei Stunden an den Strand. Schön wäre es, wenn ich das könnte, aber drei Stunden klappt nicht. Eine Stunde ist schon mehr als ich eigentlich darf oder kann. Und wo da ist. Da. Hol den Stock. Na los komm, hol den Stock. Ich weiß nicht warum, aber sieht gerade richtig cool aus. Schöner als sonst. Da nicht so. Aber hier rüber. Die Sonne macht's. Richtig geil. Bindstärke 4. Sagt er. Cookie gleich wieder in die Bühne. Herrlich heute. Herrlich ist das geil. Finde ich richtig geil gerade. Ehrlich. Ich weiß nicht warum, aber ich bin gerade richtig glücklich. Ähm. Ja. Keine Ahnung. Es gibt keinen außergewöhnlichen Grund dafür. Also es ist nichts passiert, was ich euch verschwiegen habe oder so. Ich habe natürlich auch keinen Grund zu jammern eigentlich, aber naja, aber ehrlich, ich fühle mich gerade richtig gut. Boah, so lieb ich das, oder? Ist das geil. Die Sonne scheint. Es ist nicht zu kalt, aber auch nicht zu warm. Die Ostsee hat ordentlich Wellen drauf. Das ist echt das schönste. Es ist der perfekte Tag heute für mich. Da kommst du aber auch so ein bisschen Fernweh, Sehnsucht. Man will das ja irgendwie teilen. Naja. Aber es ist schön. Es ist richtig schön. Ich finde das gerade so geil. Ihr könnt hier sitzen bleiben bis heute Abend. Geht aber nicht. Ich muss wieder arbeiten. Hoffentlich nicht schlimm ist. Naja. So, ich bin auf dem Weg nach Hause. Ähm. Da muss ich noch ein bisschen was tun. Auf jeden Fall muss ich mich rasieren. Ich hab grad schon einen voll auf dem Kopf. Das geht so nicht. Und dann muss ich zur Arbeit. Das ist schon wieder Schluss für heute. Das hat von dem Akku, der halb leer war. Oder halb voll. Je nachdem wie man es sehen will. Aber ist ja albern. Ähm. Aber von den vier Akkus die ich für die 7D habe. Glaube ich spinnen und wir alle jetzt langsam so ein bisschen. Aber ist auch kein Wunder. Die werden ja beansprucht wie nix gut ist. Wir kommen von draußen. Und du setzt dich gleich wieder in die Sonne. Hehehe. Kleiner Scheißer du. Guck mir, komm ich muss zur Arbeit. Wir müssen nochmal raus. Hey hey. Nicht rumzicken. Halt. Hey. Hast du keine Lust? Du bist müde, ne? Du brauchst ja gleich den in der Ruhe. So, spätestens jetzt ist klar. Das Wochenende ist. Die Straßen sind voll. Und zwar richtig. Und bei dem Wetter wird wahrscheinlich viel los sein. Ganze Wochenende. So, Kinder ist wieder zu Hause. Und das war es jetzt. Weil jetzt muss ich dann auch loszuarbeiten. Also, äh. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und bis morgen. Beziehungsweise bis zum nächsten Video, ne? So wollte ich das jetzt sagen. Tschüss. Tschüss. Und jetzt abschalten draußen mit schönen Wetter. Und jetzt abschalten draußen mit schönen Wetter. Tschüss. Tschüss. Tschüss.